Zum krönenden Abschluss findet am kommenden Wochenende die Deutsche Smart Beach Volleyball-Meisterschaft statt. Kommt vorbei und lasst euch diese besondere Atmosphäre auf jeden Fall nicht entgehen und wir feiern einen super Schuhabschluss. Ciao! Finale! Sammelt doch mal alle eure Kräfte, denn an diesem Wochenende finden die Deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand statt. Und bei der Gelegenheit könnt ihr auch direkt mal am Sockstand vorbeikommen. Bis bald, eure Mädels!